Im Spätsommer diesen Jahres werden die letzten amerikanischen Soldaten Schweinfurt verlassen. Für viele bedeutet dies, sich noch einmal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Viele werden dabei sehen, wie sich ihre Wahrnehmung über die letzten Jahre verändert hat. So ist es auch dem Fotografiestudenten Max gegangen. Aus einem einfachen Projekt, sich mit dem Abzug zu beschäftigen, wurde mehr. Eine Frage nach Identität und die Suche nach Definition von Freiheit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017